Für die Augsburger Möglichkeit vielleicht jetzt mal hier mit einem Freistoß zum Erfolg zu kommen, mit einer Ecke, pardon, zum Erfolg zu kommen. Da laufen sie raus auf die rechte Seite und da ist natürlich wieder Max, der Mann mit dem starken linken Fuß, der diesen Eckball für die Augsburger reintreten wird. Lässt sich allerdings viel Zeit bei der Ausführung dieses Eckballs. Unsere Sprechzeit geht zu Ende. Bleibt hier also beim unentschieden Spielstand 1 zu 1 Augsburg gegen Bremen. Das Wetter in Bayern. Am Abend und in der Nacht anfangs gebietsweise noch Auflockerungen, sonst bewölkt und in alten Nähe.